So, da sind wir wieder und wir aktivieren. Wunderbar. Mal so an die Kanten springen. So. Wir bekommen jetzt eine neue Maske. Oha. Der trägt ein totes Ariel. Der trägt ein totes Ariel. Vor Jahrhunderten aufgezeichnet. Machen sie das vielen Artefakt ausfällig. Ja, ähm, da stand ja irgendwie hier die Aufgabe von vorhin, dass wir... Ah, hier. Büro und Ehre. Oder nehmen wir nun Reichtum. Dass wir... Also ich seh das jetzt hier. Ich weiß gar nicht, ob ihr das auch seht. Ach, da geht's dann. Ähm, ja. Dass wir, ähm, diese Maske halt finden sollten. Haben wir ja getan. Und jetzt haben wir eine neue Maske. Nutze die Alternativsicht der Maske, um den Feind ausfällig zu machen. Ach, jetzt die Alien, oder wie? Das ist ja für Menschen da oben, aber was? Ach, ne, da oben sind... Ach, jetzt die Alien-Sicht. Und die kommt aber ganz schön spät, oder? Ach, das ist hier, dort oben. Ich wusste doch nicht, ich musste noch mal hin. Ich will jetzt erst mal hin. Hier runter. Aha. Ich seh's schon. Das sieht man aber so nicht gut. Das hängt fest. Die Ansicht hier ist irgendwie blöd. Aber man sieht die Alien halt sehr gut. In den anderen Alien-Spielen hab ich auch nie gern diese Alien-Sicht benutzt, weil... Es war einfach... Ich hab die auch so gesehen, aber hier ist es natürlich... Wäre es schon eher... ...von Vorteil gewesen. Aber ohne diese Sichten sind natürlich... Die Grafik finde ich das absolut geil gemacht. Hebt auch Löcher und Spalten hervor. Oh! Die von den Schlangen genutzt werden. Ich will hier nur nicht im Kampel unterfallen. Also... Oh! Ach, das da wahrscheinlich. Diese komische Wolke. Ja, und was soll ich jetzt mit diesem komischen Ding machen? Oh! Ja, hier ist wieder sowas. Hehehe. Und hier krieg ich wahrscheinlich nochmal eins, weil... Die vier ist noch unbenutzt. Ist noch nicht belegt. Ist noch nicht... Hä? Sollt ihr mich rollen? Aha! Hat ganz viel gebracht, wie ich sehe. Gut. Nice! Oh, ich glaube da flog der Kopf weg. Ich glaube das da ist der Kopf. Ja. Ja. So. So. Säure spucken. Aha. So. 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 Also hebt die Tarnen auf Ja komm Was ist das? Ach ja... Ich hab dich auch so gesehen. Es stirbt jetzt hier an der Wand. Ach, da kommen sie raus. Ach und da. Da hinten ist was zum Aufladen. Genau, komm mal durch den Menschen. Oder andersrum. Was aber eigentlich auch ganz nett hier war. Mit einem Wasserfall. Schön. Ich stand genau über dem und war nicht... ...und war nicht... ...versteckt. Hier hinten ist noch einer. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Das ist so gut. Ich bin ein. Oh, eine schöne Gegend hier, wa? Das perfekte Alien-Paradies. Dann haben wir wieder Ruhm und Reichtum bekommen und jetzt nochmal eine Ehrentötung. Finde ich alles sehr schön. Haben das hier aber nicht gebraucht. Das dachte ich, dass wir das brauchen werden. Super. Ah, okay. So geht's natürlich auch. Wenn das Tor verschlossen ist. Aber hier liegen trotzdem Lampen von den Menschen rum. Na gut, aktivieren wir den Mechanismus und schauen, was hinter diesen Türen kommt. So geht's. So geht's.